– Hallo, Nina. – Hallo, Gregor. Wie geht's? – Danke, sehr gut. Und dir? – Es geht, danke. – Zwei. – Hallo, Nina. – Hallo, Julia. Wie geht's? – Danke, gut. Und dir? – Es geht. – Hallo, ich bin Julia. – Und du? Wer bist du? – Ich heiße Gregor. – Entschuldigung, wie heißt du? – Gregor. – Tschüss. – Tschüss, Julia. Bis bald. – Tschüss. – Tschüss.